Es ist richtig warm. Ich war gerade drin. Wow. Ich glaube, es ist sogar wärmer als der Bodensee. Und ich kann es ja jetzt sagen. Aber ich muss auch sagen, hier direkt am Meer sind viel zu viele Leute. Das geht gar nicht. Also ich war auch gerade kurz an dieser Strandpromenade. Also hinter dieser Häuserreihe ist halt diese Geschäftspromenade. Und das ist einfach ein Geschäft nach dem anderen, wie man sich das halt so vorstellt für die Touris. Aber ich fühle mich da total unwohl und fehl am Platz. Ich habe das jetzt einen Morgen gemacht, habe mir das mal angeguckt. Aber das war dann auch das letzte Mal, dass ich das gemacht habe hier. Ja. Ja. Ja.